Nee, nee, nee... Ähmm Ach man! Komm, laufen! Ach, Mensch! Ist das nervig gerade hier mit dem ständigen Gesterbe! Ich muss dringend vorsichtiger sein. Da freue ich mich, dass ich eine Spinne höre, höre aber nicht das Zischen beziehungsweise Hörer ist zu spät. Na, so. Das kann da nicht angehen. Das kann echt nicht angehen. So, jetzt müssen wir uns erst wieder todesmutig da durchstürzen. Ähm, hier unten war's. So, oh, der kriegt im Moment die Kurven nie. So, da lang. Da lang, da lang, da lang, da lang. Ähm, da lang. Ähm, glaub ich zumindest. Wieso hab ich da unten nicht ausgeleuchtet? So, der doch sieht richtig aus. Äh, äh, ähm, da lang. Und hier runter. Und wieder hoch. Mann, dass ich mir mal so gut einen Weg merken kann, ist es ja ein Wunder. So. Oh, jetzt schwüpfe ich hier schon fast so weit. Hm. Ja, du hast was Gunpowder da gelassen. Das ist ja nett. So. Erstmal wieder ausrüsten. Schwert. Stand ist ja schon am richtigen Platz. Fackeln. Da. Wieso hab ich Lust und das dabei? Gute Frage, nächste Frage. So, und ich brauch unbedingt mal mehr Ausrüstung. Mehr, mehr Rüstung hier. Kann doch nicht angehen hier. Jedes Mal explodier ich. Äh, Munition. Achso, die haben wir noch von Munition machen dabei. Hm. Ich dachte, der hätte so viel Gunpowder da gelassen. So. Irgendwie fehlt uns ein bisschen Kohle, aber erstmal egal. Hat er es halt in die Luft gesprengt. Oh, das ist hier runtergespült worden. Das kann natürlich auch sein. Ah, da ist ein Spawner. Okay. Okay. Ja, die kommen da wenigstens nicht raus. Was hat da schon mal was? Das hat doch schon mal was. Ach, unser XP. Ja, ich mach euch schon mal Licht. Ich kümmere mich gleich um euch. Ich will nur eben meine restlichen Sachen haben. Weil die müssen ja vom Wasser irgendwo hier reingespült worden sein. So. So. Ja, ich komm gleich wieder. Sekunde. Ich kümmere mich um euch. Ihr lieben Tierchen. Hallo. Das Schöne ist, ich komm rein, aber die nicht raus. Hi. Die ist ja fast gemein. Das ist ja echt fast gemein. Komm. Tsch, 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 tsch. Oh. Wir haben aber lange Tentakeln hier. So. Das bauen immer direkt neue. Ich komm mich da irgendwie dran, nur eine Fackel reinzusetzen. Komm, lass mich mal eine Fackel setzen. Ach, Mensch. Das langt nicht wirklich, glaube ich. Komm, säbeln wir mal hier einmal rum. Da ist noch irgendwo eine. Ach, nach oben wahrscheinlich abgehauen. Weil hier die Kisten drunter stehen. Die ich jetzt nicht aufkriege. Okay. So. Gut. Ein Zombie ist hier auch irgendwo in der Nähe. Äh, Schaufel. Wo haben wir die denn? Da. So, dann bin ich mal gespannt, was die lieben Spinnis denn hier in der Kiste haben. So, kann der Zorn wieder oben irgendwo sein? Nee. 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 Nee, 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 nee. Mal gucken, wo der ist. So, was habt ihr denn Feines? Kakaobohnen. Aha. Nochmal. Einen Sattel. Gunpowder. Ganz viel. Das ist lieb. Und ein Eimer. Und natürlich die Kiste. Warum auch die immer so komisch grün sabbelt, wenn ich sie abschlage. Und was hast du da? Spinnweben. Naja, wie verwunderlich. Ein bisschen Eisen. Mhm. Noch ein Sattel. Ich glaube, da müssen wir dringend mal Schweine reiten hier. Weil sonst wüsste ich ja nicht, was wir mit den Satteln anfangen können. So. Gut. Und dich lassen wir mal stehen. Sind wir mal so nett. Und den Moosstein lasse ich auch erstmal. Mal hier. So. Wo ist jetzt der nette Zombie? Ach, da oben ist ja schon der Fackel. Kommt das nämlich gerade so dunkel vor hier. So. So. Eisen wollten wir eigentlich haben. Da müssen wir nochmal ein bisschen suchen. Irgendwo ist doch hier der Zombie. Da unten ist Eisen. Aber hier ist noch so dunkel. Und schon wieder keine Fackeln. Kann doch nicht angehen. Hier haben wir ein bisschen Sticks dabei. Ähm. Ne, aber ein bisschen Holz. Können wir uns jetzt mal Sticks draussen machen. So. Boah, Inventar schon wieder voll hier. Kann doch nicht angehen. So. Eisen. Ähm. Da runter. Wie komme ich jetzt da runter? Wie bin ich denn dann hier hochgekommen? Ach, da ist der Zombie. Und ein Skeletten. Haptisch. So. Aber wie komme ich jetzt da runter? Ich war schon da unten. Wie bin ich jetzt hier überhaupt hochgekommen? Ach so, ich bin hier außen rumgelaufen. Genau. Dick. Düke dü dick. Düke dü dick. So. Ähm. Ja. So. Dann sind wir da jetzt unten. Dü du du du. Hallo. So. Jetzt habe ich aber glaube ich keine Munition mehr. Ne. Legen wir es aus der Hand, damit ich weiß, dass ich keine Munition mehr habe. Müssen wir uns jetzt mit dem Schwert verteidigen. So. Aber erstmal ein bisschen Licht machen hier überall. Boah, ist das riesig. Da ist der nächste Zombie. So. Ich habe jetzt aber ehrlich gesagt keine Lust hier lang. Ich habe jetzt auch noch mal einen draufsetzen. Gucke ich mir dann irgendwann später mal an. Nachdem ich natürlich hier die Ressourcen rausgeholt habe. Dummdi dumm. Eisen, Eisen. Und ich glaube das nächste, was ich mir mit dem Eisen mache, ist eine Rüstung. Endlich mal. Ja, ich weiß. Es hat lang gedauert. Und ich wollte es ja eigentlich schon direkt machen, nachdem ich den Helm gefunden habe. Aber, naja gut. Irgendwann schaffe ich es dann auch noch mal. So. Jetzt müssen wir erstmal hier ausleuchten, bevor wir uns das Eisen rausholen. Ne. Da oben geht es weiter. Boah. Das sowas nie ein Ende nimmt hier. Ah. Da ist wieder. Oh ne. Da ist so viel Spinnenweben. Ich ahne, schlimm ist. Das markieren wir uns auch mal und machen erstmal wieder zu. Da habe ich nämlich jetzt gerade gar keine Lust drauf. Ich will nur noch an die frische Luft, nachdem wir hier noch das Eisen abgebaut haben, natürlich. Ich bin für heute oft genug gestorben, habe ich jetzt mal so beschlossen, dass ich da keine wirkliche Lust mehr drauf habe. So. Boah, wir sind mittlerweile unter der Wüste, sehe ich gerade. Und unterm Schneebion. Wir sind also ganz gut von zu Hause weg. Und alles unterirdisch. Tja. So, nehmen wir die Kohle auch noch mit. Boah, bitte. Geh kaputt. Hacke. Also im Neta bist du ja wirklich gut, aber hier kann man dich kaum gebrauchen. Ich glaube, die bringe ich alle mal in Neta. Dann können wir die im Neta verheizen. Die ganzen Steinspitzhacken. So, du kommst auch noch mit. Ne? Dann kommt ihr beide mit. Na, sage mal. Gibt es hier auch irgendwann mal ein Ende? Wird ja immer mehr. Wo willst du mich hinführen? Du verleitest mich irgendwo in meinen Abgrund zu führen. Ich merke das schon. Na ja, zwei Dank. Haben wir das geschafft. Ohne zu sterben. So. Haben wir überhaupt noch Platz für Kohle? Nicht wirklich. Hier sieht es wieder so düster aus. So, wo müssen wir da? Ah, da oben. Da ist das Eisen, was ich eigentlich mal zu ganz Beginn haben wollte, bevor ich hier draufgegangen bin. So. Komme ich da so dran? Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön und zu einfach gewesen. So, jetzt aber. Außer es geht jetzt noch, was weiß ich, wie hoch. Na, einen noch. Okay. Dann das noch. So. Komm, den nehmen wir mit. Sonst wundern wir uns irgendwann, warum wir das gebaut haben. So. Dann gehen wir aber langsam aber sicher nach Hause. Wir haben ja jetzt, wie viel Eisen? 39 schon wieder. So. Wenn ich mir das bisschen Eisen angucke, ist das so einer der Momente, wo ich mir wünschen würde, wir hätten auch Technik-Sachen hier. Weil das Eisen mal eben vervielfältigen oder verdoppeln, das wäre schon schlecht. So. Da unten will ich jetzt. Was gibt's da? Redstone. Aha, interessant. Ah, wir sind auf 22. Mhm. Ja, ich bin dann doch mal ein bisschen neugierig und gucke zumindest mal rein. Vielleicht schimmert mir ja direkt wieder ein Diamant entgegen. Nee, es ist nur Eisen. Und der Tod. Der schimmert mir ja immer entgegen hier. Grundsätzlich. Ich glaube, ich glaube, ich habe es. Hm. Ja, schon viel Eisen. Das will ich eigentlich gar nicht hier lassen. Das kann ich gar nicht. Lava. Lava. Let's go. Hm. Gut. Können wir bei Gelegenheit nochmal nach den Diamanten stochern. Das Wasser nimmt aber einen komischen Lauf hier. Achso, das kommt von da ganz oben. Ah, okay. Stoppen wir das mal so. Ich müsste langsam mal wieder was futtern, sehe ich gerade.